So sieht das hinten drauf aus. Das sieht absichtlich so aus. Das ist jetzt absichtlich beschädigt, von vorne und von hinten an drei Stellen gepflegt. Kuya hat in Hitlerschrift noch Anmerkungen hinten drauf hinterlassen. Und wer ist ihm unter Worte gestanden? Das hat er wahrscheinlich irgendwo abgemalt, ganz normales Modell genommen, den Kopf gegen Raubball einfach dann drauf gemalt. Da kann ich mir mal übersetzen, was das heißt, kann ich mal vorsichtig abstellen. Also oben steht, Bild bleibt in meiner Wohnung, Unterschrift Adolf Hitler. Auf dem unteren Zettel zunächst die Initialien von Hitler. Da steht, weiblicher Akt, Geli saß mir, dafür über 20 Tage Modell. Ich gebe dem Bild den Titel, weiblicher Akt auf grünem Grund, Adolf Hitler, München 1930. Verschriftlichsteckend. Vielen Dank.